Ja Moingen! Wir sind mal wieder bei einem neuen Let's Play von SplitSecond im Splitscreen. Er war, wie es heute überhaupt nicht begeistert, aber wir legen trotzdem los. Yo Monster! Jetzt gehts einfach! Wir müssen es einfach mal machen, ne? Ihr wollt es zwar eh nicht sehen, aber... Welche geile Farbe wird es dir? Wir müssen es einfach mal machen. Sag mal, was finde ich... Ja, jetzt stopp! Und wir müssen es einfach mal machen. Wir zocken nämlich momentan in Battlefield. Richtig hardcore extrem. Und davon kommen ja jetzt... Und davon kommen ja auch neue Folgen jetzt. Und das mache ich dann doch lieber. Als jetzt... Dann machen wir hier noch 5 Parts voll von SplitSecond. Und dann war's das. Dann wird noch Battlefield aufgenommen heute. Und dann kommt noch die Einzelspieler-Variante. Die macht der Alexander heute. Los gehts, Fabi! Wie geht denn der Scheiß da nochmal? Wie geht denn der Scheiß da nochmal? Mit 1 und 2 machst du deine... Und du bist rechts! Rechts! Nein, rechts bist du nicht! Okay. Yo, wir sind hier am... Ähm... 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 Richtig krank! Ähm... Bisschen umgegucken... Wat... ターog째 inevitably... Fino... Erli... Ja... Passt du geniebig für die v-blüs Country. Ne. Nicht wieder raus. 있는 freund pegar. Ah, das ist riesig! Okay, jetzt mit dem Großen was nichts. Wir wollen mal eine Strecke ändern. Aua, ach, scheiße! Ah, scheiße! Ich wollte losverlangt! Scheiße! Dann machen wir aber diesmal gar nicht. Ah, das tut mir weh! Guck mal, der wird auf! Oh, Gott! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Ich halte ja mal die Kleinen noch live. Du bist vor mir, wir müssen die Kleinen noch live halten. Die kommen hinter uns. Ja, ich meine. Oh, und so war's, wir haben 8 und 6. Scheiße! Ja, natürlich! Ich helf für die ganze Zeit! Junge! Du Jute! Du gehst mir nicht! Scheiße, jetzt haben wir aber... Junge! Ich weiss nicht! Ja, das ist jetzt deine Zeit! Komm, wir müssen das Ding ziehen! Oder was macht das jetzt jemand oder was? Das kann doch sein! Das macht das Geld! Dann komm, dann auf geht's! Oh, Mann! Die fucking Luft! Nein! Was hast du dich selber? Nein! Das ist ja nicht! Oh! Oh! So, den Einjagd ist noch nicht. Oh! Wo ist denn der? Ist er noch nicht in die Tankstelle! Oh! Boah! Ich wollte ihn! Ja! Und! Ja! Hab ich! Ich hab jetzt dann gewartet. Gut! Man muss noch ein Bild warten, der Feld will nämlich jetzt erst! Nein, das ist noch gut. Warte mal, ich habe schon noch genug, ich mache die Applaus. Man muss mir ein bisschen bei 2. Ist das nicht? Natürlich. Ja. Oh, ich habe es nicht. Und... Oh, der Turm ist umgefallen. Alter, die Turm ist ein knappes Jahr. Aber die Dinger bringt sowieso nichts. Die können keinen aus der Fassung bringen. Ganz genau. So, dann machen wir jetzt noch aufs Flugzeug. Nein, aber es ist halt ja die Sache, dass ich die Dinger da einschlag. Die haben mich noch nie daran gekriegt. Auch wenn die Autos nicht so robust sind, die kriegen das trotzdem mit. Ich bin super. Vielleicht kriege ich es ja noch hier. Ha, 180. So, Flugzeug in 3, 2, 1, 0. Da kommt es. Ich glaube, ich kriege es noch nicht vor, dem scheiß Flugzeug dann zusammen. Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin super. Ach du scheinbar ist vor, doch nicht mal. Ja, ich bin super. Aua, fuck meine Grüße, ey. Ich bin super. Gut. Das findet sogar der Peter lustig. Ich hab was. Das findet sogar der Peter lustig. Ja, ich bin erster. Läuftig. Ja, das kommt mal von keiner Übung nirsch. Da ging auch gesagt, ja. BAM BITCH! So. So. Dann fahren wir das nächste Rennen. Gleich mal hinterher. Waren wir bei Flughafen? Nee, ne? Ne, wir haben wir Baustelle oder... Ist mir egal. Innen statt. Ja, egal. Baustelle. Pff, schuppen-dupli-dua. Heute versuchen wir jetzt einfach mal alle... ...FORPLAYS zu machen. Kannst du gerne probieren. Ich nicht. Ich fahr natürlich durch. Gut. fine. Jetztwehr ich euch mal. Machen wir erstmal alle probieren. Machen wir das Grünzeug. Muss man sehen. Was? Grünzeug. Machen wir das Grünzeug hinweilen, ne? Natürlich. Machen wir das Grünzeug wegschaufen. So, los geht's. Macht schon schon mal. Aha. Ah, das ist ja nicht. Ich hab eh nichts anderes zu tun. Ich hab eh nichts anderes zu tun. Great! Aua! Da nachkommen! Aua! Junge! Ich bergte mal. Ich bergte mal. Ich bergte schon mal. Ich bleibe her. Ich bleibe her. Bäh! Bitch! Aua! Aua! Alter, was war das? Was sind gerade im Boulanger? Wie schön der erste und so. Was klemmt das? Jetzt sind wir schon wieder auf Flughafen, Terminal. Ja. Ist das dein Feuer? Ich wollte mal alle große machen. Alter! Das ist gar nicht schön der Zeit. Oh, ich triss das nicht. Aua! 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 wie hat's du bist du? ich hab ihn erst mal ein bisschen und dann springst du raus spring jetzt kommt ein paar von den kleinen 12 kommt wow ich nicht 2 jo ich wollte jetzt eigentlich das große machen das krieg ich nicht noch nicht 2 die große ich bin hier wie die zu großartig das gleiche also ich war einfach fix du das kannst du nicht ne wirklich nicht und der runde schluss auch Wahnsinn hat also mein Plan nicht ganz funktioniert die ganzen großen Power-ups Junge wiederhol also ich fahr das Ding ich fahr das Ding jetzt hier ganz schön ich fahr das Ding jetzt hier ganz schön nach Hause weil ich bin hier halt ich bin hier halt der Chiller ich nehme Power-ups das funktioniert oh ich bin schlecht ich drifte halt einfach noch gerne oh und 2 oder 3 Meter verdammte Scheiße und da unten und da unten kriegen wir doch hin ich habe alles voll hin ich muss nochmal komplett durch Entschuldigung 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 also mal Zeit Entschuldigung Entschuldigung wir fahren hier schön den Senduntergang entgegen weil wir sind das Senduntergang Entschuldigung mal wieder irgendwo ist hier noch einer und da ist noch wieder haste so das war jetzt nicht das was du dir vorgestellt hast ne ich wollte das eigentlich das andere machen wo man dann noch hier runter trifft Jo Jo Freunde und dann sagen wir auch schon wieder tschüss bis zu einem nächsten Let's Play von SplitSecond SplitScreen V3 und bleibt natürlich uns treu ist ja klar genau und lass die Welt mir da und abonnieren natürlich abonnieren ha natürlich tschüss